Vergessen Sie niemals, was Sie bisher von Nähmaschinen gelesen, gehört oder gesehen haben. Nur dann erkennen Sie die wahren Unterschiede zwischen einer Nähmaschine und einer Karina. Die Karina-Palette Designed in Switzerland bietet Ihnen ein fast grenzenloses Angebot. Gestern wie heute ein stabiles Metallgehäuse, die Basis einer jeden Karina-Nähmaschine, natürlich mit 5 Jahren Garantie auf alle mechanischen Teile. Aufspulen des Unterfadens mit automatischer Spuleabschaltung und das Einsetzen der Spulenkapsel in den CB-Greifer. Das Schnell-Einfädelsystem macht die Karina schon bei Beginn der Arbeit sympathisch. Rechts finden Sie eine einfache Stichprogrammeinstellung mit Einhandbedienung. Dank der speziell automatischen Fadeneinspannung ist ein problemloses Nähen verschiedener Materialien möglich. Leder- oder Jeansnähte, Seide oder Tüll. Der Overlock- oder auch Elastikstich eignet sich zum Nähen aller elastischen und modernen Materialien, wie man sie bei Sweatshirts, Leggings oder T-Shirts kennt. Kräusel mit Gummiband, bestens geeignet für Trachten- und Landhausmode, Puppenkleider, Sommerröcke oder Unterwäsche. Der Flickstich, das Flicken aller gängigen Stoffe wie Jeansstoff und Arbeitskleidung, bei der Karina ein selbstverständlicher Programmteil. Selbst der Blindstich für unsichtbare Säume an Woll- und Flanellkleidung gehört bei der Karina zur Serienausstattung. Von innen leicht angenäht und von außen unsichtbar. Mit der Vierstufen-Knopfloch-Automatik wird das Fertigen der Knopflöcher sekundenschnell erledigt, in einwandfreier Meisterqualität. Auch das lästige Annähen von Knöpfen jeglicher Art und Beschaffenheit wird zum Kinderspiel. Zierstiche der schönsten Art sind bei der Karina für alle erdenklichen Arbeiten vorprogrammiert. Mit dem vierfach verzahnten Transporteur wird das Gerade-Nähen, insbesondere bei komplizierten Stoffen wie Spitze und Samt, nun besonders einfach. Durch den abnehmbaren Anschiebetisch verwandelt sich die Karina in Sekunden zur Freiammaschine. Nähen und ändern Sie Hosenbeine und Ärmel ab heute selbst. Karina, die logische Entscheidung, immer wenn es ums Nähen geht.